Hallo, ich bin Jasmin von Hammersport. Heute möchte ich euch gerne den Cardiostrider vorstellen. Der Cardiostrider ist eine Kombination aus Crosstrainer und Sitzheimtrainer. Ganz toll ist, wenn man nicht hier draußen kann man die Beine und die Arme gleichzeitig trainieren. Das heißt für uns der Stoffwechsel wird angeregt, Kalorien werden verbrannt und auch für Menschen nach einer Operation in der Reha-Phase können die Arme trainiert werden, indem ich dann meine Beine hier oben ablege. Und trotzdem kann mein Oberkörper mobilisiert und trainiert werden. Schnell und einfach lässt sich die Sitzposition zur Körpergröße stufenlos einstellen. Die Handgriffe lassen sich ganz einfach nach oben und nach unten verschieben, passend zur Armlänge. Genauso kann man sie auch drehen für ein gesondertes Bizeps- und Trizeps-Training. Unser Cardiostrider hat eine breite, bequeme Sitzfläche, eine Rückenlehne mit eingebauter Lordose-Stütze für ein rückenfreundliches Training. Der Cardiostrider hat große und rutschfeste Trittplatten mit einer Skala, damit mein linker und rechter Fuß die gleiche Trainingsposition haben. Ganz einfach können Sie Ihre Herzfrequenz über die Handpulssensoren oder über den Brustgurt kontrollieren. Für den Durst während des Trainings hat der Cardiostrider eine Haltung mit integrierter Trinkflasche. Die Rollen und die Transportsicherung ermöglichen ein schnelles Verschieben im Raum. Der Computer ist übersichtlich und einfach zu bedienen. Alle wichtigen Trainingsdaten findet man auf einem Blick. Der Cardiostrider hat einen gelenkschonenden und geräuschlosen Bewegungsablauf. Das Positive daran ist, ich störe keine Nachbarn, kann meine Zeitschrift lesen in aller Ruhe und kann auch meine Lieblingsserie schauen. Der Computer hat eine praktische iPad-Halterung mit integrierter Ladestation. Der Cardiostrider bietet verschiedene Trainingsmöglichkeiten. In dieser Position trainieren Sie Ihre Arme und Beine, Ihre Arme im engen und im breiten Griff, mit oder ohne Beine. Und wenn ich jetzt rückwärts trete, wird noch zusätzlich meine Gesäßmuskulatur und meine Oberschenkelrückseite trainiert. Durch das Umdrehen der Handgriffe kann auf den Trizeps eingegangen werden und auf den Bizeps. Der Cardiostrider hat ein modernes Design, ist hochwertig verarbeitet und passt perfekt in jedes Zuhause. Mehr Informationen über unseren Cardiostrider auf www.hammer.de oder in einem unserer Hammer Stores. Tag kult, wie es kaum leer wird,喔. Ich+, bin der Jenfels zurück, kein Beine. Tag kult. 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 Dave kult. Tag kult. Vielen Dank.